Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Spiel der Sportfreunde Bad Ems. Heute trifft unser Team auf die SG Rheinhöhendalheim den Tabellendritten, also es kommt zu einem richtigen Spitzenspiel. Unser Gegner hat erst am letzten Wochenende ihr erstes Spiel verloren, die Sportfreunde wollten aber heute direkt für den nächsten Punktverlust sorgen. Anpfiff der spannenden Partie für die Sportfreunde und die erste Halbchance hatten die Haimmannschaft. Hier wird der Ball schön durchgesteckt, Schippi kommt gerade noch an den Ball und kann klären und somit die Torchance vereiteln. Zehnte Spielminute hier, Foul an Paul und John bringt den Freistoß, er dreht sich immer weiter, er wird immer länger und plötzlich ist er im Netz. Die frühe Führung für die Sportfreunde auch durchaus verdient, denn gerade in der Anfangsphase waren die Sportfreunde die deutlich spielbestimmende Mannschaft. Und die Sportfreunde machten weiter. Dennis hier über die linke Seite, bringt jetzt einen Ball vor das Tor, der Ball landet dann bei Julian und er bringt Egor mit der Hacke, toll durch einen Steckpass wieder ins Spiel, aber der Abschluss leider knapp neben das Tor. Dann waren die Hausherren mal an der Reihe. Schöner Ball über die rechte Seite, wird jetzt vor das Tor gebracht und aus dem Rückraum nochmal der Spieler mit der Nummer 15, aber Marlon mit einer tollen Faustabwehr. 27. Spielminute, jetzt wieder ist es ein Steckpass, hier gut zu sehen, keine Abseitsposition der Angreifer und der Stürmer. Er umkurvt den herauseilenden Marlon und hat dann keine Mühe, den Ball zum Ausgleich im Netz unterzubringen. Die Dahlheimer zu diesem Zeitpunkt wieder besser im Spiel und sie kommen direkt wieder vors Tor. Hier wieder über die rechte Seite und Marcel zieht hier das taktische Foul und holt sich damit natürlich auch vollkommen zu Recht die gelbe Karte ab. Aber der darauffolgende Freistoß sollte übel für die Sportfreunde bringen, er kommt direkt vors Tor und die Fußspitze des Angreifers ist dran und Marlon hat keine Abwäschung. Innerhalb weniger Minuten Partie gedreht, die Eski-Reihenhündalheim wieder in Führung. Aber die Sportfreunde direkt im Gegenzug. Paul hier mit der Hereingabe, Ball landet dann bei Schippi, der lässt einen Gegner aussteigen und zieht mit links ab, aber knapp neben das Gehäuse. Jetzt kommt es zur spielentscheidenden Szene und da ist eure Meinung gefragt. Langer Ball hier und Marlon und der Angreifer knallen mit den Köpfen aneinander. Beide bleiben erstmal verletzt liegen und der Schiedsrichter entscheidet auf rote Karte für Marlon. Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie seht ihr die Entscheidung? Ist es richtig oder hättet ihr anders entschieden? Wir sind ja schon in Nachspielzeit der ersten Halbzeit und hier kann sich dann Dennis, der ins Tor gerückt ist, direkt wieder auszeichnen. Luxusproblem der Sportfreunde, einen so guten Keeper noch auf dem Feld zu haben. Somit ging es mit dem knappen Rückstand in die Halbzeit. Und wer jetzt dachte, die Sportfreunde würden in Unterzahl aufstecken, der sah sich getäuscht. Ganz im Gegenteil, die Sportfreunde mit aggressivem Pressing. Hier nur mit einem Foul zu stoppen. Rüde Attacke hier gegen Egor. Auch hier zurecht die gelbe Karte. Freistoß jetzt von Nils. Der wird lang in den Strafraum gebracht und Julian ist da und in bester Gerd Müller Manier um den Gegenspiel herum und drückt den Ball über die Linie. Ausgleich. Der schockte die Dahlheimer erstmal. Hatten sie doch in Unterzahl, denke ich, mit einem einfachen Spielverlauf gerechnet. In den nächsten Aktionen kann sich einmal mehr Dennis auszeichnen. Schöne Kombination hier von den Dahlheimern, aber Dennis auf dem Posten, verkürzt den Winkel und kann zur Ecke klären. Jetzt Aktion im anderen Strafraum. Und hier jetzt Aktion von John. Er wird jetzt hier klar nach unten gerissen. Meiner Meinung nach ein glasklarer Elfmeter. Aber die Sportfreunde weiter im Vorwärtsgang. Hier jetzt Foul an Arthur und es gibt einen Freistoß, den sich Julian jetzt nimmt. Der Schuss geht direkt aufs Tor. Er wird noch einmal abgefälscht und landet dadurch direkt in den Armen des Schlussmanns. 67. Spielminute. Jetzt hier toller Pass auf Paul. Und auch hier ganz gut zu sehen, ganz knappe Entscheidung. Schiedsrichter entscheidet aber auf Abseitsposition. Jetzt wieder die Dahlheimer in der Reihe mit einem tollen Distanzschuss, aber Dennis mit einer noch schöneren Parade. 77. Spielminute. Jetzt war es dann aber soweit. Die Dahlheimer wurden stärker und die Sportfreunde mussten langsam Kräfte lassen. Abstimmungsprobleme hier in der Kette und der Angreifer kann dann frei vom Tor den Ball in das Gehäuse drücken. Jetzt wurde das Ergebnis dann eigentlich zu klar. Hier wieder schöne Kombination über die rechte Seite. Der Angreifer ist durch. Chian versucht ihn noch zu stellen, aber der Abschluss kommt ins kurze Eck und erwischt Dennis auf dem falschen Fuß. Und es steht 4 zu 2. Und auch die letzte Aktion nochmal eine sehenswerte. Schöner Lupfer hier des Angreifers über den herausstürmenden Dennis. Und es steht 5 zu 2. Gleichbedeutend mit dem Endstand, vom Ergebnis her aber, wie ich finde, deutlich zu hoch. Die Sportfreunde mit toller kämpferischer Leistung, selbst in Unterzahl, noch zum Ausgleich gekommen, hätten hier mit ein bisschen Glück vielleicht sogar noch einen Punktgewinn verdient gehabt. Am kommenden Wochenende wartet nun ein ganz anderes Spiel auf die Sportfreunde. Dann erwartet die Mannschaft das Team der SG Nivan das aktuelle Tabellenschlusslicht. Aber gerade aus der vergangenen Saison ist die Mannschaft gewarnt und wird den Gegner sicherlich nicht unterschätzen. Die Partie wird am 22.10. um 14.30 Uhr angefiffen. Davor findet das Spiel der zweiten Mannschaft der Sportfreunde statt. Um 12.15 Uhr heißt hier der Gegner SV Braubach 2. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem abschließenden Interview. Macht's gut! Ja Coach, 5-2 Niederlage gegen Dallheim. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, es war schon das Spitzenspiel, was wir erwartet haben. Trotz des mäßigen Untergrundes war es, glaube ich, auch ein sehr gutes Spiel. Wir kommen richtig gut rein in die Partie. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben vorne den Druck gemacht. Wir haben uns Chancen erarbeitet. Wir haben leider in der Situation oder in der Phase verpasst, diese eine oder andere Situation fertig zu spielen. Sonst gelingt uns vielleicht noch ein Tor. Auch wenn das Tor selber natürlich glücklich gefallen ist. Ja, und verlieren dann also ein bisschen den Faden in der Phase, wo wir dann dem Gegner das Mittelfeld so ein bisschen überlassen haben. Und daraus resultieren dann die zwei Tore. Aber Knackpunkt ist natürlich der Platzverweis. Durch die rote Karte in Unterzahl war klar, dass es sehr schwer werden wird, hier noch was mitzunehmen. Aber das haben wir mit absoluter Bravour gemacht. Und da bin ich wirklich mega stolz, wie die Jungs das zweite Halbzeit gemacht haben. In einer Spitzenmannschaft wie Dahlheim so lange zittern lassen, noch zum Ausgleich zu kommen. Und ja durchaus auch noch die eine oder andere Halbchance zu haben, um vielleicht mal in Führung zu gehen. Von daher, ich habe nur gesehen, wie der Shane nach dem Schluss das mal tief durchgeatmet hat. Also ja, der hatte sich das, glaube ich, dann in Überzahl einfacher vorgestellt. Du hast die rote Karte gerade schon angesprochen. Es gab auch so ein bisschen Pumulte. Wie hast du die selber gesehen? Ja, es gehen, glaube ich, beide mit hohem Risiko in diesen Kopfball rein. Allerdings trifft der Marlon den Ball. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn der andere den Ball getroffen hätte. Ich weiß es nicht. Also ich fand die Entscheidung der roten Karte da sehr hart. Auch wenn natürlich beide da wirklich mit vollem Körpereinsatz da reingehen. Ich hoffe, dem Spieler von Dahlheim geht es gut. Ja, das ist so, wie es ist. Wir haben ja Gott sei Dank auch heute wieder noch einen klasse Torhüter dabei gehabt. Der Dennis, der seine Aufgabe dann auch im Torhüter richtig gut erledigt hat, einige starke Chancen von Dahlheim entschärft hat. Das ist natürlich eigentlich ein Luxusproblem, was wir haben auf der Torhüterposition. Aber ja, mal schauen, wie es jetzt dann nächste Woche aussieht. Nächste Woche Derby gegen Nifan. Da wird wahrscheinlich wieder ein ganz anderes Spiel. Welche zwei, drei Worte dazu noch von deiner Seite? Ja, die Mannschaft steht ganz unten im Tabellenkeller. Wir wissen aber aus der vergangenen Saison, was das heißt und dass wir so einen Gegner nicht unterschätzen dürfen. Mal abgesehen davon, dass ich noch gar keine Ahnung habe, wer dann überhaupt alles zur Verfügung steht. Weil Marlon wird sicherlich gesperrt sein. Wir müssen gucken, inwieweit wir uns mit der zweiten Mannschaft da noch verständigen können. Cosmin kommt immerhin wieder zurück aus seiner Sperre. Von daher ist noch ein bisschen Fluktuation drin, auch mit den zwei Corona-Fällen, die wir jetzt leider heute hatten. Es bleibt spannend. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Danke.